Hallo? 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 Hallo, Floyd. Willkommen zu meiner Game Show! Hey, hey, don't shoot, don't shoot! Ah, nein, das Lachen wollte ich gar nicht hinzufügen. Na, okay, komm, jetzt habe ich es schon gemacht, jetzt muss ich es nochmal machen. Ja, da kannst du halt, da kannst du halt, wow, du kannst im Proximity-Chat so unglaublich viele Sachen machen. Und ich habe noch nicht mal 10% von dem, was man machen kann, habe ich im Kopf, weißt du. Alter, was wird das? Schönen guten Abend zu meiner Warzone Game Show! Seid ihr bereit? Ihr könnt derzeit leider nur 0 Dollar gewinnen, aber ich werde noch ein bisschen Geld sammeln, damit ihr auch noch ein bisschen Geld kriegt. Seid ihr ready? Oh, yeah. Okay. Die Frage ist, was war die erste Meta in Warzone 1? Ich gebe auch Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit A. Kilo MP5. B. M4 HDR. Oder C. Amax Smack10. Boah, Bruder, ich habe brauchst du eigentlich nicht gespielt. Sag einfach mal die Kilo. Kilo. Möchte dein Mate vielleicht nochmal drüber nachdenken? Will doch die Kilo. Ich nehme das als eingeloggt und das ist falsch. Ach, okay. Müsst ihr leider sterben, es tut mir leid. Sind es die, ja? Ich weiß nicht, ob das die sind, die reden nicht. Okay. Aber ich höre seine Steps unten. Hallo? Ja? Ach, ihr seid's. Jaja, ihr müsst euch noch was abholen. Bitch. Ich hab's euch gesagt! Lernt die Meta auswendig, mein Gott! Mein Gulag, mate. Hallo, Jeremy Fragrance. Du erinnerst mich? Du erinnerst mich? Du erinnerst mich? Du erinnerst mich? Kann ich dein Team sein? Warte einen Moment. Du kannst mein Team sein, wenn... Ja. Okay, okay, okay. Du sagst die richtige Antwort. Ja, ja, ja. Gib es mir, gib es mir. Okay, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du auf Wars on 1? Bist du auf Wars on 1? Ein bisschen. Okay, okay. Das ist gut. Das ist gut. Nicht viel. Was war der erste Meta in Wars on 1? A. Kilo MP5. B. M4 HDR. Or C. Amax Mach 10. Ist es C? Es ist... Es ist... Es ist eigentlich... Wrong. Oh... Es war... B. M4 HDR. Du musst jetzt sterben. Ich bin sorry. Wait... Es gibt ja immer noch diesen Geld Glitch, wo du so 1,3 Millionen bekommst. Ja. Achso, ja. Achso, ja. Achso, ja. Das ist quasi eine Million. Oder das ich wirklich eine Million gebe dann, wenn sie das Richt haben. Ja. Hallo, kannst du mich hören? Was ist jetzt los? Er hat sich rausgedrückt. Was ist das für eine Scheiße? Bisschen... 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 Was will ich? Jek... Mach die Scheiße. Jek? Was ist das für ein Wort? Bist du 50 oder? Was ist denn das für ein Wort? Hallo! Schönen guten Abend! Seid ihr bereit, um etwas Geld zu verdienen? Warte, die sind gar nicht deutsch. Also alles außer deutsch ist das. Scheiße! Oh Gott, die sind bei mir. Wir müssen sie töten, das ist zu peinlich, wir müssen sie jetzt töten. Ich habe alle. Ich musste sie jetzt leider töten, es tut mir leid, es war mir zu peinlich, ich musste euch jetzt alle töten. Englische Leute starten zu sprechen und ich bin mir gedacht, ich werde nicht mehr zu füllen. Oh shit, das sind Leute hier. Floy! Floy! Hallo, willkommen zu meinem Warzone-Gameshow! Bereitest du, um 5.000 Dollar gewinnen? Ja, man! Bereitest du? Okay. Meine Frage ist... Die erste Frage. Warst du Warzone 1? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh! Wo ist er? Wo ist er? Was war der erste Mether in Warzone 1? A! M4! Kilo MP5! No! B! M4 HDR or C! A Max Mach 10! Was war A? A! Kilo MP5! B! Ja, ich bin… Wies. Ich wusste mich, noch ein paar Jahre altes. Ist das dein letztes Antwort? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Wahrscheinlich das nicht. Schau dir das B, denn HDR braucht eine Kurve leicht. HDR! Ist das dein letztes Antwort? Ich brauche einen Antwort, ich brauche. Ja, ja! Ja, ja. M4HDR ist großartig. Herzlichen Glückwunsch mit deinem Geld. Okay, lass uns die W, lass uns die W, komm mal. Lass uns die W. Lass uns die W. Du verdammt verdammt. Du verdammt verdammt verdammt. Hallo. Du verdammt verdammt. Du verdammt verdammt. Du verdammt 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 verdammt. Willkommen in meinem Warzone-Gameshow, mein Freund. Are you ready to win some money? Ja, ja. I'm ready, bro. Okay, okay. The question is, which real-life place is represented in Warzone 1's map, Rebirth Island? How the fuck am I supposed to answer to that, bro? You don't know Rebirth Island? No, no, I haven't played. This is my first time playing in the years, bro. Oh, I see, I see. I'm in University, bro. I don't have time to be playing. Okay, I see, I see. Okay, but okay. Second question, second question, second question. Okay, I've got another question. How many people are in the full squad lobby? 150. The answer is... Wrong, my friend. 152. I'm so sorry. Ah, fuck. Don't kill me, please. No, I'm sorry. I need to kill you now. Ah, you know, I'm in the center. Come to the oil pump. I'll take my death. Where are you? Yeah, I'm... Look, I'll give you my heartbeat sensor, yeah? Don't kill me. I promise I will not shoot you. Look, I'm right here. Like, looks at the gas pump. Yeah, I see, I see. Hello, hello. Yeah, 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 yeah. You can kill me. Please, don't kill me. Please, please, please. Okay, okay. I'll kill you. Okay, no, I don't want to. No, you can live. You can live. You're a nice person. Bye, bye. Yeah, bye, 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 bye. Thank you so much. Oh, my God. It's for you. It's a gift. That's a nice gift. Thank you. Do you want another chance? I have another question for you. Floyd, Floyd, Floyd. Nein, was machst du denn hier? Floyd, Floyd. Was machst du denn hier? Hallo? Hey, der TV hat mich geholt. Ach so. Nein, nein, ich bin hier am Auto. Hey, was geht... Was passiert jetzt? Was holt das eigentlich gerade eben? Floyd. Was ist hier los? Frech. Was passiert jetzt? Wo kommen die alle her? Okay, wollt ihr eine Frage haben? Wollt ihr eine Frage haben? Oh, okay, warte. Okay. Die Frage ist... Ich bin bereit. Welcher Modus war der erste, den es in Warzone 1 gab? Solo, Duo, Trio oder Spots? Ah, ein Trio. Trio, oder? Das würde ich sagen. Ist das die finale Antwort? Ich würde sagen Trios, ja. Trio ist... Tatsächlich... RICHTIG! Ihr nehmt all mein Geld, ihr Wichser. Ne, warte, ich brauche noch ein bisschen Geld für heute, die ich noch treffe. Ne, ich brauche noch ein bisschen. Kann ich noch 5.000? Ja, warte, nimm alles. Ja, ja. Ey, warte, komm, wir machen so. Hier. 10.000 habt ihr euch verdient. Ne, ich gebe keinen Versuch. Ui. Hier, so. Oder fast 10k. Groß. So, viel Spaß noch. Tschüß. Ja, tschüß. Tschüß. Ey. So. Irgendwie so Sachen. Ich will auch so Sachen. Warte mal. Da, ein Rathalos Houthi hier. Bei mir. Hallo, willkommen zu meinem Wahlzone Mích Show, du kannst nichts gewinnen. Jetzt kannst du meine Weapon bekommen. Are you ready? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Are you ready to answer my question? Der Wefton? For what? Für meine Weapon? Não, notiktock, no tik-tok. Just for me. Ok, what are your questions? What? What are your questions? No, 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 don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot. Don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot! Is it you? Is it you who was shooting? das kann nicht wahr sein egal wir gehen da noch mal hin und dann werden sie alle richten werden sie alle mit der mit der mit dem pursch ding richten ich muss jetzt gewinnen und dann werden sie richten wichtig vor die letzten let's win big gulag let's go let's go let's push let's go nicht mal schüppel ich ein stück jetzt wird die gerichtet das kann jetzt nicht wahr sein ja 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 ja